Liebe Bewohner von D.Va, darf ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich erlaube mir, in Ihren Illusionsraum einzudringen, um Sie über neue Möglichkeiten zu informieren. Verbindungsroute verfolgen! Damit ist der Hacker, der Sie Franchise hätte nennt, zum 184. Mal erfolgreich. Die reale Welt? Wann habt Ihr das denn gebaut? Irgendjemand lenkt dich. Das macht bestimmt unser Freund Franchise-Setter. Angriffsziel gesichtet. Entfernung 300 Sekunden. Objekt zerstörend. Gebrauch aller Waffensysteme erlaubt. Endlich können wir es mal so richtig krachen lassen. Gut gegen den Frust hier auf der Erde. D.Va ist auch nicht allmächtig und allwissend. Wenigstens um der Demokratie Genüge zu tun, sollten die Bürger von D.Va nach ihrer Meinung befragt werden. Nicht einmal im Traum könnte ich in einer solchen Gesellschaft leben. Es ist, wie Du eben gesagt hast, eine Frage der Ehre. Das ist der Beweis meiner Daseinsberechtigung. Ich kenne noch nicht einmal diese Welt richtig. Und hier gibt es so viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Und hier ist es so viele Dinge, die ich nicht in ihrer Ich kenne noch nicht nur eine Artikinfeldung. Ich bin dann noch nie wieder damit, aber immer die Tr Или. Und hier fragt wir Licht!